Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Was heißt heute philosophische Lebenskunst? Ich gebe euch zwei klassische Antworten und zwei aktuelle. Zunächst erkläre ich euch, wie philosophische Lebenskunst früher noch funktionieren konnte. Und da starte ich mit dem Teil 1. Erstens, Aristoteles unterscheidet drei Lebensformen. Erstens, schreibt er, die Mehrzahl der Leute und die rohüsten Menschen wählen ja die Lust. Darum schätzen sie auch das Leben des Genusses. Die große Menge erweist sich als völlig sklavenartig, da sie ja das Leben des Viehs vorzieht. Damit ist gemeint, man ist einfach an den Genuss gebunden. Man ist süchtig nach Freude, nach Spaß, nach Genuss. Die zweite Lebensform, die gebildeten und energischen Menschen wählen die Ehre. Das kann man übersetzen mit die Karriere oder den Erfolg. Denn dies kann man als das Ziel des politischen Lebens, das ist aber das berufliche Leben heute bei uns, bezeichnen. Aber, sagt Aristoteles, auch gegen diese Lebensform wird sich die philosophische Lebensform abgrenzen. Denn das scheint doch oberflächlicher zu sein als das, was wir Philosophen suchen. Die dritte Lebensform ist die betrachtende, die theoretische, wie es auch im griechischen Text heißt, oder auch die vernünftige. Und später schreibt er, die Vernunft nämlich ist das vornehmste in uns. Also Lust oder Karriere und Erfolg oder das Leben nach der Vernunft. In der klassischen Philosophie hieß Lebenskunst das vernunftgeleitete Leben. Frei von Leidenschaften, also auch frei von Lust und Genuss, sollten wir uns ausrichten auf die vernünftigen Strukturen der Welt und unseres Denkens. Wir sollten vernünftig denken, aber auch unserer Lebensführung. Also unsere Lebensführung sollte auch vernünftig sein. Das ist die erste Position, die ich euch vorstelle. Eine zweite ist auch eine klassische Antwort, aber ganz anders. Heidegger ging es um unser eigenes und individuelles Leben. Doch dieses, so schreibt er, müssen wir gegen die Diktatur des sogenannten Mann überhaupt erst gewinnen oder uns erarbeiten. Üblicherweise muss man vom menschlichen Existieren nämlich leider sagen, Zitat, Nicht es selbst ist, sondern die anderen haben ihm das Sein längst abgenommen. Beispiel, wir genießen und vergnügen uns, wie man das tut. Wir lesen, wir sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt. Wir finden empörend, was man empörend findet. Und er schreibt als Fazit, jeder ist der andere und keiner ist er selbst. Das Mann ist das Niemand, weil niemand zu sich selbst kommt. In dieser Tradition der Philosophie ab dem späten 19. Jahrhundert hieß Lebenskunst die Befreiung von kulturellen Erwartungen und Üblichkeiten. Frei von Klischees sollten wir uns ausrichten auf ein echtes, auf ein authentisches, eigenes Denken und Leben. Soweit die zweite klassische Antwort auf die Frage, was ist philosophische Lebenskunst. Doch mit diesen beiden Antworten haben wir heute Schwierigkeiten. Die formale Struktur dieser beiden skizzierten Positionen ist sehr ähnlich, obwohl sie sich ja inhaltlich unterscheiden. Denn beide Ideale philosophischer Lebenskunst sind jeweils mit anthropologischen Modellen verbunden, also mit Ansichten darüber, wie der Mensch zu sein hat und wie er ist. Beide sind Teile von mentalen Großkonzepten, also von großen weltanschaulichen Bildern des Ganzen. Diese vermeintlich objektive Wahrheit, die der Aristoteles entdeckt oder Heidegger entdeckt, über das Ganze, besagt etwa, dass das höchste Prinzip die Vernunft sei, wie bei Aristoteles, oder das individuelle Selbst, wie bei Heidegger. Und dies führt dann zu einer philosophischen Lebenskunst, die nur genau so und nicht anders sein darf, weil nur sie in der jeweiligen objektiven Wahrheit entsprechende Lebenspraxis ist. Und damit haben wir heute Schwierigkeiten, mit diesem ganzen Mindset. Deswegen meine ich, der Abschied von diesen Big Pictures oder diesen mentalen Großkonzepten muss hinter uns liegen, also wir müssen ihn vollziehen, wenn wir uns auf die Suche nach einer neuen philosophischen Lebenskunst machen wollen. Bisher also zwei klassische Antworten und der Verweis auf die Schwierigkeiten, die wir heute mit diesen Antworten haben. Die Schwierigkeit, anthropologische Modelle, mentale Großkonzepte und objektive, von der Philosophie gefundene Wahrheiten über das Ganze passen nicht mehr so recht in unsere Gegenwart, in unser Denken. Deswegen kommen jetzt zwei Antworten auf die Frage, was ist philosophische Lebenskunst heute, die eben aktueller sind. Die erste betrifft die Postmoderne. Wir erkennen diese Großkonzepte, die ich dargestellt hatte, zum Beispiel Vernunft, zum Beispiel die Sache mit der Selbstverwirklichung, als geschichtlich geworden. Wir erkennen sie als Möglichkeiten und nicht mehr als Notwendigkeiten, die wir ergreifen können, ausprobieren können oder auch verwerfen können. Daraus ergibt sich eine eher gebrochene, zögernde, wählende, vor allem aber gelassene Einstellung zur philosophischen Lebenskunst. Und jetzt noch ein weiterer Aspekt der Postmoderne, der auch zur Lebenskunst gehört. Ähnlich verhält es sich mit Praktiken der Trauer, also wir trauern über das Nicht-Ganz-Sein-Können unseres Lebens, also dass wir immer den Eindruck haben, unser Leben bleibt Fragment. Wir können nie ganz vernünftig sein, wir können uns nie ganz verwirklichen. Das erkennen wir in der Postmoderne und gleichzeitig anerkennen und wertschätzen wir uns selbst auch als Fragment. Wir müssen nicht einem Klischee, auch keinem philosophischen Klischee entsprechen. Ein Gewinn an Freiheit. Und dies kann dann Teil einer Lebenskunst sein, uns selbst als Fragment zu akzeptieren. Das wären Aspekte einer postmodernen Lebenskunst. Aber es gibt noch eine letzte Antwort auf die Frage nach Lebenskunst heute. Und die möchte ich mit dem Stichwort Anthropozän charakterisieren. Lebenskunst als erstens, das war das erste klassische Beispiel, Vernunftorientierung. Und zweitens, das war das zweite klassische Beispiel, Selbstverwirklichung. Und als das, was wir eben als postmodernes, gelassenes Ausprobieren kennengelernt haben. Gemeinsam ist diesen Konzepten die Frage, wie müssen wir unser Leben ändern, damit es philosophischen Ansprüchen genügt. Da ist es philosophisch wird. Aber angesichts des Klimawandels, des Artensterbens, angesichts der Plastikmüllinseln im Meer, könnte die Frage heute nämlich im Anthropozän lauten, wie müssen wir unser Leben ändern, damit ein Überleben zukünftiger Generationen überhaupt möglich ist. Philosophische Lebenskunst im Anthropozän könnte deswegen Anpassung an Notwendigkeiten bedeuten. Und damit wäre Lebenskunst heute eigentlich Überlebenskunst. Zu der TKO-Message. Früher bildeten Big Pictures, ich habe es auch mentale Großkonzepte genannt, Weltanschauungen, den Hintergrund philosophischer Lebenskunst. Zum Beispiel bei Aristoteles die Vernunft. Oder bei Heidegger der Punkt mit der Selbstverwirklichung. Lebenskunst sollte diesen philosophischen Großkonzepten entsprechen. Wir sollten uns sozusagen diesen gemäß entwickeln. Heute erodieren diese philosophischen Big Pictures. Und deswegen diese beiden aktuellen Antworten. Ein gelassenes Ausprobieren von sinnvollen Möglichkeiten tritt an die Stelle einer Lebenskunst, die philosophischen Großkonzepten folgt. Das wäre die Antwort der postmodernen philosophischen Lebenskunst. Angesichts der menschengemachten Umweltprobleme könnte Lebenskunst heute aber auch bedeuten, Anpassung unseres Lebensstils im Sinne einer Überlebenskunst. Das ist aktuell im Zeitalter des Anthropozäns. Was heißt heute philosophische Lebenskunst? Ich habe euch zwei klassische und zwei aktuelle Antworten vorgestellt. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.